Pflanze anbeten. Das kannst du auch tun, aber erstmal wird begrüßt. Oder eben auch nicht. Hallo Pflanze. Hallo Zuschauer. Yay. Da ist jemand beleidigt. Ja, sperr mich aus. Ich mach noch viel mehr. Das soll ich nur aussperren. Ja. Ich entführe euch. Aha. Mein Gott. Noch kann ich wegbeamen. Ja. Ja. Nein, wir haben ja hier die Sonnensysteme uns nämlich abgeartet, deswegen geht's jetzt zum Gate. Zum Gate? Zum Gate. Aha. Okay. Also, wie heißen die Dinger nochmal, die wir brauchten? Die Herzen. Das war bei Erkurskristalle, Erkurskristalle, genau. Herzen. Hui. Wolken, aber kein Planet. Runter? Runter. So, okay. Ja, ne? Okay. Will abbauen. Ja, ist okay. Dann kannst du abbauen, wenn du kannst. Weiß ich nicht. Kannst du abbauen? Hui. Du kannst nicht abbauen. Hui. Bäm. Oh, zwei. Gehen wir zum Outpost, denk ich. Zum Outpost, okay. Willst du wieder Sachen zu käffen? Hoffentlich. Oh, da ist es hier der Outpost. Ja, rechts geht's lang. Rechts geht's lang. Infinity Express. Hier geht's aber auch lang. Ja, aber da ist dunkel. Da gibt's Fuel. Was brauchten wir für Zeug? Erkurskristalle. Ah, die gibt's hier. Liquid Erkurskristalle. Ich glaub aber, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Kristalle. Wir brauchen Kristalle. Ja, dann kauf du es mal. Okay, aber den findet die Express. Das sind unglaublich hohe Sprechpreise. Was geht hier ab? Oh, krass. Die sind cool. Oh, die kann man nicht abbauen. Ich würde es solche klauen. Oh, da gibt's ein Minispiel. Nein. Wir haben da ein Minidum reingebaut. Okay. Das ganze Gebiet lag. Ja, das stimmt. Nicht für mich, aber okay. Doch, ein klein wenig. Ja, so viele NPCs. Quest, Quest. Ich möchte mit der Questfrau reden. Danke. Ähm. Oh, da gibt's ein Pet House. Okay, ich soll hier also einen. Okay. Oh, wie geil. Nee, ich will es nicht. Ja, ne? Braucht man nicht unbedingt. Ja, stimmt. Wir haben jetzt hier das Haustier-Update. Hallo. Tschüss. So, viele Lebensbomben. Wie, Teleporter sind teuer. Ach, Türen, okay. Ich weiß ja nicht, was du dachtest. Du sah irgendwie oft zu groß. Nicht zu gehen. So viele seltsame Sachen. Dann ist noch was. Was? Design? Click to draw. Ach, da... Ein Engineering Lithographer. Äh. Okay. Äh, vielleicht ein andermal. Hallo. Aber hier ist alles leer, ne? Oder war Markus schon hier oben hat gelootet? Nee, hier ist alles leer. Ah, da. And I'll copy to design dispenser. Das ist der beste Platz für Toiletten hier oben, ja. Ah, cool. Geht halt echt. Cool. Ah. Geil. Was habt ihr jetzt hier noch vor? Naja... Sachen suchen. Da ist aber alles nichts drin. Das ist halt umsehen und so. Catch a bug for me. Alles klar. Wir müssen vier hier haben. Ein Käfer fressen. Jo. Arsch. Nee, wie ging das? Mit X? Nee, Y. Y. Nur, wo finden wir hier einen Käfer? Habe ich einen Käfer zufällig noch bei? Denn ich weiß, ich habe welche auf dem Schiff. Soll ich euch die vielleicht mal geben, wenn ich drei habe? Ja. Aber dann müssen wir halt wieder zurück teleportieren. Oder wir müssen uns erstmal hier auf diesen ödlern Planeten umsehen. Ja, ist hier vorbei. Ah, okay. Na ja, hier kann man sich auch beamen. Bei dem Shop da. Mit dem Teleporter. Ah. Ja, aber der kostet, glaube ich, oder? Oder doch nicht. Hat bei mir jetzt nichts kostet, glaube ich. Glaubst du? Glaub ich. Du bist auf Teleshop. Ah, nee. Nicht kaufen. Benutzen. Genau. Ich habe so ein Schild gekauft. So. Beamte ship. Hier geht das bei mir nicht. Weiß ich nicht. Ach, doch, ja. Ah, okay. Was brauchen wir? Irgendwelche Viecher, ne? Ja, ja. An welchen Käfer. Ich habe welche gefangen. Ich muss nur noch finden. Ich sehe auch mal welche, glaube ich. So, also zwei habe ich schon mal. Wie haben die aus? Ja, sind halt Käfer, ne? Sehen alle anders aus. Dann hat er, glaube ich, nicht gesagt, was für Käfer sie haben will. Das sieht man ja auf dem verpickselten Zeuge immer nicht. Gut, ich habe genug Käfer. Okay. Zurück zum Outpost. Zurück zum Outpost. So. Wo war sie denn? Markus, kommst du? Na ja. So, da sind Käfer und... Da ist ein Käfer. Ja, gut gemacht, Markus. Was denn? Den Käfer hast du aufgesammelt, oder nicht? Nö. Ich habe bloß... ... eine, oder? Quest complete, yay. Accept. Bleib hier, wenn du verlixt. So. Tri-Esser-Bird. Das ist jetzt nur noch. Iron-Crafting-Table, nice. Das ist noch eine Quest. Äh... Kaffee, Kaffee, okay. Wir haben Kaffeebohnen, aber ich glaube, die Quests bringen uns nicht wirklich viel. Was will denn... Ich weiß noch gar nicht drauf. Blank-Tag-Card. Ich weiß noch gar nicht drauf. Naja, ne? Und tell other people how helpful you are. Das ist in dem Fall praktisch, weil wir dann irgendwann diesen Kerl da draußen... ... blabern können, anscheinend. Okay. Ja, dann halt... ... zurück zum Schiff, oder... ... machen wir das off-screen? Ich habe Kaffeebohnen da, glaube ich. Ja, ich habe auch Kaffeebohnen hier. Also, auf dem Schiff. Halt mich hier. Erster. Okay. Ah, Pinguin! Ich habe auch... ... nicht... ... ich habe eigentlich mehr gespielt. Welches war mein... So, machen wir nur noch die Kaffee-Quest und danach machen wir weiter. Dann wird wahrscheinlich der zweite Stopp der richtige Stopp gewesen sein. Wie viel Kaffee braucht man? Äh... Gute Frage? Ja, der will Kaffee und nicht Kaffeebohnen. Ja, ja. Ja, aber man... ... solltest du denn in der Kaffeemaschine machen, die hier steht? Bring einfach alles mal mit. Wie gesagt, ich habe auch Kaffeebohnen. Hä? Das heißt, wir können Kaffee anpflanzen. Wo ist Kaffeemaschine? Ach, da! Aha, das ist die Kaffeemaschine. Ja! Gute dran, wie viel man braucht. Buch, Markus hat Kaffeebohnen dabei. Äh... ... eine. Ja, ich habe genügend. Eins reicht, ja. Ja, gut. So viel dazu. Glas, Markus. Hättest du noch sagen können, dass du welche im Inmitte hast, Markus? Ich war gerade am Schiff. Achso, okay. Ach, jetzt brauchen wir noch so ein Glas. Ja, da liegt jetzt genug drin. Äh, ich hole ein bisschen Glas, ne? Ah, hier haben wir einmal was. Ein Comedy-Skript. Oder kann man hier... Das ist noch ein Comedy-Skript, da sind immer Comedy-Skripts dran, okay. Scheint irgendein Quest-Item zu sein. Huch! Ach, Mini-Doom. Jo, okay. Maze-Bound. 64. Äh. Und nochmal zum Schiff. Hm. Obwohl, ich hätte Glas dabei gehabt, ne? Was? Was heißt, ne? So herrlich unorganisiert wieder. Wie machen wir denn? Hm. Es sieht hier jetzt nix da Also ihr braucht auch noch einen, wa? Ja, das wäre sehr nett Und erstmal wieder Kisten einräumen, die ich gerade eben kaputt gemacht habe Was purem können Herrlich Schmeiß mal in den Müllhärm, ne? Hm, was ist das Zeug? Das Glaszeug liegt in den Müllhärm, ne? Okay Ja Eckart, nur noch eins Dillingspoon Metal Workstation Na, den darfst du jetzt machen, Simon Ich bin jetzt die ganze Zeit schon rumgerannt Ja, ja, Moment Das ist ein ewiges Hin und Hergierende So, wo machen wir den Kaffee jetzt nochmal? Schlussendlich Den brauchst du nicht Du brauchst bloß den Mack hintragen Okay, einfach nur mehrmals ansprechen Gut Passt Also muss ich jetzt auch noch manuell Ja, muss ich auch noch tun Ja, muss auch Ja, aber Kaffee und Glas sind ja jetzt hier So, was war jetzt die nächste Quest? Wo war die nächste Quest? Wo ist Kaffee und Glas? Im Mülleimer und im Kaffee Maker Praktisch, ne? Äh Der mag, so waren jetzt die Quest, die ich machen sollte Die war genau da? Nee Ich sehe da keine Quest Doch? Nee Vielleicht hast du es schon angenommen, ne? Nicht, dass ich wüsste Oh, jetzt brauchen wir eine Metal Workstation Doch, weil die nächste Quest ist für die Technik Und da brauchst du Steering Spoons Ah, okay Gut, stimmt Jo Äh Teleporter Da müssen wir ja jetzt Stiel machen Genau, du hast mir versucht den ganzen Kram zu klauen Deswegen habe ich die Sachen glücklicherweise alle dabei Aber keine Crafting Bench Nee, das stimmt Wie macht man jetzt Kaffee? Äh, einfach mehrmals mit dem Kerl reden Also Steal kann ich noch gar nicht machen Nee, kannst du auch nicht Äh Metal Workstation, Metal Workstation Ich habe viel Kram, aber Ja, nee, die Metal Workstation Dafür brauchst du Den Stiel Achso Hm Wer hat noch irgendwas da in der Richtung Schon mal gehabt? Alloy Furnace Ja, die ist jetzt neu Ich glaube, ich muss mit den Blumen Ja Fähig mal zu Korbi Mit etwas Glück Also ich bin Du durfst ja noch über dem alten Planeten sein Nee, brauchst nicht herkommen Es ging jetzt einfach nur darum, dass ich da Nee, ich war eh fertig da hinten Nein, du warst nicht über dem alten Planeten Okay Okay, und wo ist jetzt dieses Item, was ich theoretisch haben müsste Von dem Kerl? Nirgendwo Der braucht erst noch einen Löffel dafür Hm Der will ja einen ganzen Kaffee Wie macht man einen Löffel? In der Metal Workstation Und die sucht dich Aber wenn Markus sagt, dass wir keinen Stahl machen können Dann scheint die wohl irgendwie Da hier, Stahl Oil Da brauchst du Oil für Okay, und wo machst du den Stahl? Äh In der Alloy Furnace Oder Alloy Gut, aber die haben wir definitiv noch nicht Oh, da haben wir jetzt noch eine Ich hab mir die gerade gemacht Achso, okay War mir auch so ein Moment Aber der funktioniert mit normaler Ofen, ne? Refinery Glas, Eisen, Feuer Okay Ich nutze die dann mal eben mit Ja, du kannst eh keinen Stahl machen Brauchst du Öl? Ich hab Öl Wo hast du Öl? Aufgesammelt Und wo? In den Terbiom Da ist Öl Terbiom Terbiom ist wahrscheinlich Ah, das ist Lederzeug Auf Desertzeug, wa? Ja Ja, muss das nicht unbedingt hinfliegen Gut, ich habe Stahl Danach kommt noch ne Quest Von der du Äh Irgendwelche Koordinaten und nen Spacesuit kriegst Und dafür brauchst du den Stahl-Armor Gute Güte hast du hier aber Gesammelt Was? Ja, hier deine Deine Kiste hier Ja Da kommt der ganze Müll rein Okay So Also Also Metalworkstation Copy hast du einen oder hatten wir eine unten oder wo ist das hier? Metalworkstation haben wir noch gar nicht Ja Dafür brauchst du Stahl Ah, ja Das war das genau Das brauch ich den Stahl Äh Ach, mir fehlen drei Glas Und ich hab nicht mehr genug Sand Ehrlich? Ich hab meins glaube ich alles mitgenommen 20 Stahl brauch ich dafür Okay Metalworkstation Metalworkstation So Hi Ich wollt Du wolltest zu Markus aufs Schiff Ich kann wieder nicht zu dir helfen Hä? Ich wollt ja zu Markus, ja Du bist auch bei Markus Warum bist du? Weil ich hier bin Du mich auch Hä? Oh, ich verstehe wieder die Steuerung nicht Letzer So, die Mannschaft Okay, schon gut Oh, jetzt bin ich gestorben Stahl dafür Okay, und noch mehr Stahl Ja Äh, ich mach für euch mal welche mit, ne? Hm Hm Ich hab trotzdem jetzt ein bisschen Glas Dat Frustration Damage für Second 18 Swing Speed 2 Nice Auf diesem Kack Sandbleiben kann man nix sehen So, zurück zum Outpost Äh, die Löffel schmeiß ich mal in den Mülleimer direkt neben dem Kerl, ne? Ja Was besser ist, hat der auch nicht verdient Ich mag das Wie viel Öl hast du? Äh, 190 Ah, okay Ich hol mir selber schnell was Bin eh schon da Hey Du rüsst mich da gerade auf Ja, nee Der Planet ist ekelhaft So, Deckard, herrlich Da wo ich gerade bin, oder was, Kobi? Mhm Hm, der ist echt ekelhaft Aber ich will jetzt unbedingt Öl Quest everywhere Ja, man kann Holzzäune machen, ist ganz neu Hm, hm Holzzäune Yay Alles mit den Wettereffekten ist auch neu Hm, ich glaub nicht, nein Wie ich das letzte Mal gezockt hab, war da noch nicht so ein fetzen Sandsturm bei mir Ja, aber scheinbar kann es dann schon da, aber Ich habe Stahl Gut Kruppstahl 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 Harte Kruppstahl, save me later Oder sowas in der Richtung Mhm War, ah, du hast so ne Metalworkstation schon, ne? Ja Und ich hab die Löffel auch schon Draußen hier zum Schliff kommt ne Metalworkstation hab ich im Inventar Was ist das? Was ist das? Ist das? Was ist das? Das passt auch Ja Wo denn? Im Mittelmeimer Ja, ich mein die Metalworkstation Im Inventar, sagte ich doch schon Lass mal irgendwo hin Moment, Moment Kann ich überhaupt bauen? Ja, kann ich Nein, kann ich nicht Alles protected Ah, dann stöß mal auf den Schiff Ja, machen wir dann nachher, wenn wir hier fertig sind Ja, aber da oben ist eine Quest Da kriegen wir irgendeinen Spacesuit, ich will ihn Hier bei dem Typen, glaube ich Ja, aber wir möchten vielleicht erstmal weitermachen Ich meine ja nur, so ein bisschen was Progress ist schon schön Und Zeitquests kommt dann später Wir machen doch Progress Wir haben jetzt schon steil machen können Wir kriegen jetzt gleich ein Spacesuit, eine Tech-Card Was denn daran nicht Progress? Ja, keine Ahnung Ich hänge in allem hinterher Ja, weil du nicht herkommst, was machst du gerade? Ja, ich war noch beschäftigt Beschäftigt Ja gut, dann mach ich mir meine eigene Metal-Workstation Metal-Workstation, ja Wollen wir jetzt wirklich die Anzahl der Questen, oder? Ich kann die doch wenigstens schon mal annehmen, oder nicht? Ja, die werden auch irgendwann ein Ende haben Bis jetzt sind sie ja ziemlich einfach Äh, dein Skript, ja, dein Skript hab ich da Schau mal an Yay, 80 Credits Das kann man die Skript, ne? Genau, das liegt immer einmal neben den Löffeln Ich weiß Äh, Kuchen haben, okay Jetzt hol ich mir erstmal meinen Tech Okay, der will einfach nur, dass wir starre Rüstung anhaben, ne? Achso, okay Glaub ich, so wie ich das gelesen hab Blablabla If you can make yourself a... ja Okay Wo ist das? Was denn? Wo denn? Ähm, da oben ist ne Quest von jemandem, der uns Traumanzug gibt, wenn wir Schallrüstung tragen Ich weiß jetzt nicht, wie viel Eisen und Schall ihr habt Eisen hab ich, glaub ich, genug, aber ich hab kein Öl Ja, Öl kann ich dir geben Kann man doch die Stahlrüstung machen Ähm Wahrscheinlich auch einer Dings Mit Stahl erstmal, auf jeden Fall Jo So, also auf meinem Schiff baue ich jetzt die Mittelbrickstation auf Falls man sich schon selber eine aufgebaut hat Ich hab schon eine Du hast schon eine, okay Boah, ich hatte doch auch mal Diamanten Meine Diamanten Hast du mir die geklaut? Ne, wieder Ne Warum hast du eigentlich nicht Ziffer 7 so oft da? Wo? Auf meinem Schiff? Ja In der Kiste Bist du gerade auf meinem Schiff, oder wie? Nein Aber ich habe etwas, das nämlich nicht Gedächtnis Habt ihr doch bloß zweimal Ja, trotzdem, das sind zwei 7 und zu viel Ja, 7, 7, 7, ne? Äh Aha Nein, das äh galt jetzt eher dem Fakt, dass ich die Sachen hier oben platzieren muss Hier 6 Nochmal 6 So, Teleporter-Core Yay Und jetzt? Jetzt kann ich mir einen Teleporter kaufen Oh 6 und 4 20 Also man braucht nochmal 20 Stollen Entweder aus Holz oder aus Ja, ja Barro Aus Barro Barro Hm Planlos Nein Nein 20? Wieso 20? Für Stahlrüstung 10 für Brustplatte, 6 für Kopf und 4 für Füße, glaube ich Ok Ok Stream to Ship Das heißt, man braucht Würde aus einem Eisen einen Stahl, oder? Ja Ok, dann brauche ich 20 Eisen Muss dann jetzt zu Markus für kommen Ah ja Weil ich da ab bin So Rebelle Man kann auch echt keine genauen Werte an Items nehmen, oder? Rebelle, hä? Nö, kann man nicht Nichts So, mein Gott habe ich jetzt Ey! Wo ist ein Chestguard fehlt? War was? Achso Nö, egal Ässchen Ja, vielleicht soll ich erst mal Stahl auch machen So Jajaja, Moment Äh Ja We learn to craft stuff Ja Ja Muss ich schon ne Platin Picke machen Oh boi Ja Nackt 20 bitte So Und hier Und Brick on a stick prime Wo ist jetzt die Rüstung gelandet? Ach, Hut, Weste und Slags In dem Fall, ok Mhm Bin ich blind Bin ich blind? Äh, hat jemand einen Diamanten für mich? Ich hätte einen Diamanten für dich, ja Aber ich such grad erst mal Meine Chestplate Breastplate heißt die Breastplate Breastplate Ne, Chestguard Oder sowas in Richtung, gar nicht Ja, ok, bei dir anders Heißt bei jedem anders Bei mir heißt die Moment Beste Ok Hat die vielleicht mal euch irgendwer aufgesammelt versehentlich? Ich hab keine Kann ich eventuell mal Nichts in der Hand haben? Wie macht man das immer? Äh, doppelt irgendeine Taste drücken Nope Ja, du willst vielleicht auch mal die Taschen auf aus der Hand legen Ja, mach ich ja Ich hab die automatisch wieder an, sobald ich doppelt eine Taste drücke Dann drück halt Jeweils einmal die Taste von den Sachen, die du in der Hand hast So, und jetzt R So, und jetzt R Kann nur nicht sein In der nächsten Folge sehen wir, wie ich meine Chestplate gefunden hab Joens